Wo bringen sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld? Money? Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. There they are. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Andreas, Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinah wärst du gewesen, meine Lieblinge, meine Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Well, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here. Ja, ja, alles klar. Rammals, rammals. Uh, ich hab was für Sie. Ein Moment. Uh, uh, um, danke schön. Thank you. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Ja. 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 Ja.